Ich habe ihn dann gefragt, ob es keinen Bruder gibt und er sagt, nein, meine Mädels. Okay, gut, okay. Ich höre die Verstorbenungen nicht, sondern ich bekomme Gefühle und Bilder. Ich hole nachher Verstorbenungen zu mir, fange sie an zu beschreiben und ich sage auch immer ungefähr, wohin er kommt. Die Frauen sind einfach gekommen und ich habe das alles mitbekommen und es war für ihn auch Stimmung. Aber das war etwas Typisches mit der Frau, kannst du das verstehen? Aber sie sagt, es ist auch vorher, du hast ein paar Mal probiert, also ich habe mir das Gefühl, du hast es wie auch probiert, aber sie ist gar nicht darauf eingegangen oder mit ihr dann einfach nicht über solche Sachen reden können. Macht das Sinn? Und sie sagt, du sollst wirklich auch keine Vorwürfe mehr machen, aber du hast irgendwie alles eigentlich probiert. So, das ist ihr ja noch ganz wichtig. Ist es richtig, seit in einer Ländle? Ich bin heute wieder aufgekommen, du sollst mehr wieder an dich glauben. Okay? conductlos. Komm her an. Kiip'lop. 观aze. Komm külpete. screw her an,